Spielen ist die höchste Form der Forschung, soll Einstein gesagt haben. Heutzutage passiert das Spielen auch in Videospielen und LehrerInnen nutzen sie im Unterricht oder für Hausaufgaben. Für dieses Video haben wir uns mit den Leuten von G2A zusammengetan, dem weltweit größten Marktplatz für Spiele. Wir lernen die drei Dimensionen des Spieldesigns kennen. Stellen vier Dinge vor, die wir von Spielen lernen können und zeigen fünf Videospiele, die sich hervorragend zum Lernen eignen. Eines davon wird an der Harvard Business School gespielt. Beginnen wir mit den drei Dimensionen des Videospieldesigns. Spiele gibt es in der Regel von einfach bis komplex. Sie können im Einzel- oder Mehrspielermodus gespielt werden. Und es gibt kooperative oder kompetitive Spiele. Wir können Spiele in ein Spektrum von einfach bis komplex und von nicht-sozial bis sozial unterteilen. Zu den einfachen, nicht-sozialen oder Einzelspielerspielen gehören Puzzles und Jump-and-Run-Spiele wie zum Beispiel Super Mario. Zu den komplexen Einzelspielerspielen gehören Shooter wie Far Cry oder Simulationen wie SimCity. Dann gibt es einfache soziale oder Multiplayer-Spiele wie Guitar Hero oder Need for Speed. Und komplexe soziale Spiele wie Halo, Minecraft oder Among Us. Spiele können kompetitiv, kooperativ oder beides sein. Komplexe Multiplayer-Spiele sind in der Regel am effektivsten für das Lernen. Videospiele können unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern, unsere Motivation steigern, uns unsere Gefühle bewusst machen und unsere sozialen Fähigkeiten stärken. Spiele können die kognitiven Fähigkeiten steigern. Eine Meta-Analyse hat gezeigt, dass Videospiele die Fähigkeit zur mentalen Rotation effektiv trainieren. Und dieses Lernen kann auf die reale Welt übertragen werden. Auch Logik und mathematisches Denken können durch bestimmte Videospiele effektiv erlernt werden. Schießspiele oder Shooter zum Beispiel schulen unser Verständnis für die Beziehungen zwischen Objekten im Raum oft besser als normale Schulprogramme. Spiele können unsere Motivation steigern und uns für das Lernen erwärmen. Rückkopplungsschleifen oder Feedback-Schleifen, die sich an die eigenen Fähigkeiten anpassen, halten die Spieler in dem Bereich, den Vygotsky die Zone der proximalen Entwicklung nannte. Und wenn wir lernen, dass wir durch den Prozess des Ausprobierens, Scheiterns und Machens Fortschritte erzielen, können wir ein dynamisches Selbstbild entwickeln. Ein sogenanntes Growth Mindset. Ein Teil des Selbstvertrauens, das wir durch Spiele gewinnen, kann auf andere Aspekte des Lebens übertragen werden. Es gibt emotionale Vorteile und einige Studien berichten sogar von einem kausalen Zusammenhang zwischen dem Spielen von Videospielen und einer besseren Stimmung. Das macht Sinn, denn nach der Uses and Gratifications Theorie suchen die meisten von uns nach unterschiedlichen Formen von Medien, um unseren mentalen Zustand zu regulieren. Wenn wir die Bücher für eine kurze Spielpause beiseite legen, kann dies unseren emotionalen Zustand verbessern. In einer Studie wurde berichtet, dass Gamer oft ein hohes Maß an Stress erleben und dadurch lernen, ihre Gefühle zu kontrollieren. Es kann sich positiv auf unser soziales Leben auswirken, da wir neue Beziehungen knüpfen. In manchen Spielen müssen wir lernen, wem wir vertrauen können, wie wir kommunizieren und wann wir die Führung übernehmen müssen. Eine Längsschnittstudie zeigte, dass Kinder, die zu Beginn des Schuljahres mehr prosoziale Spiele spielten, im weiteren Verlauf des Jahres mit größerer Wahrscheinlichkeit hilfreiche Verhaltensweisen an den Tag legten. Und jetzt sehen wir uns noch fünf Spiele an, die starke Lerneffekte haben. Re-Mission ist ein Videospiel, das kranken Kindern beibringt, wie sie mit Krebs umgehen können. In dem Spiel steuern die Kinder einen Nanoroboter, der Krebszellen abschießt und die Nebenwirkungen der Behandlung bewältigt. Eine randomisierte, kontrollierte Studie zeigte, dass Kinder, die Re-Mission spielten, sich deutlich besser an das Behandlungsprotokoll hielten und bessere Kenntnisse über Krebs hatten. Das Spiel hat seitdem Hunderttausenden von jungen Patienten geholfen. Das Spiel Minecraft fördert Kreativität, Zusammenarbeit und Problemlösung durch Versuch und Irrtum. Die Spieler bauen ihre eigene Welt und wenden nebenbei Mathematik an und lernen etwas über Formen und Geometrie. Einige beschäftigen sich mit Elektrotechnik und bauen Maschinen, die in den virtuellen Welten betrieben werden, und andere erforschen die Geschichte der Menschheit. Die Bildungsedition bietet Lehrern eine zusätzliche Kontrolle und Zugang zu einem breiten Katalog von Lektionen. In Democracy lernen die Spieler die Herausforderungen des Politiker-Daseins kennen. Sie lernen die Grundlagen der Wirtschaft und erfahren, wie sich die Politik auf reale Menschen auswirkt. Sie müssen sich mit schwierigen Themen wie Einwanderung und Arbeitslosigkeit auseinandersetzen und dann noch versuchen, bei der nächsten Wahl die Mehrheit zu gewinnen. Mit der App Brainquake können Schüler auf spielerische Weise und ohne Verwendung von Symbolsprache Mathematik lernen. Kontrollierte Experimente haben gezeigt, dass sich die Ergebnisse in Mathematik um 20% verbessern, wenn Drittklässler das Spiel einen Monat lang an drei Tagen in der Woche nur 10 Minuten pro Tag spielen. Das Spiel wurde mithilfe des bekannten Mathematiklehrers Keith Devlin entwickelt. Die Bildungsversion ermöglicht es Lehrern, die Fortschritte und die Kreativität der Schüler zu überwachen. Das sogenannte Harvard Root Beer Game ist eine teambasierte Wirtschaftssimulation, bei der die Spieler eine Fabrik, einen Vertriebshändler, einen Großhändler oder einen Einzelhändler für Root Beer leiten. Zu Beginn des Spiels ist das Root Beer nicht sehr beliebt, aber dann wird es ein großer Hit. Jeder Spieler muss nun entscheiden, was zu tun ist. Während er den Bestand prüft, die Nachfrage vorhersieht und Bestellungen aufgibt. Das Spiel wird an führenden Wirtschaftsschulen gespielt, weil es die Bedeutung von offener Kommunikation und Teamarbeit lehrt. Was ist mit dir? Was hältst du von den Vor- und Nachteilen, die Videospiele beim Lernen mit sich bringen? Und hast du schon einmal in einem Videospiel etwas gelernt, das dir im richtigen Leben nützlich war? Wenn du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, haben die Leute von G2A einen kostenlosen Online-Kurs speziell für LehrerInnen entwickelt. Schau es dir unter g2a.co.academy an oder lies die Beschreibung unten. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com. Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutsschools.com. Bis zum nächsten Mal.